Ich soll'n Aufsatz schreiben. Und das hier ist Catherine. Emilys schleimiger bester Freund. Das ist so fies, Catherine. Sie halten mich für eine Unruhestifterin, nur weil ich Sipsa heiße. Das ist Hengs Schuld. Ich muss ihn als Bruder verheimlichen. Ach, als Einzelkind hat man's nicht leicht. Gut, vielleicht kann ich wenigstens mit dir reden. Na, wo bleibt mein Spielbericht? Wie war dein erster Tag? Hast du uns Sips an alle Ehre gemacht? Ja, ich würd' sagen, ich hab' uns ein Denkmal gesetzt. Das ist meine Kleine. Ja. Ja. Hi, Hank. Ich bin wieder auf der letzten Seite. Das ist Stanley Sipsa, mein Dad. Er ist Sportjournalist und wird nach Worten bezahlt. 537 Wörter. Genial. Wenn man mich nach Worten bezahlen würde, dann würde ich verhungern. Seht ihr, was ich meine? Nein. Nein. Das Regal ist das reinste Chaos. Ich konnte nicht anders und musste es aufräumen. Ich hab' sogar die Mummeln mit Klebeband festgeklebt. Ich war nicht nett zu halten. Hank Sipsa, bist du mit deinen Hausabgaben fertig? Na klar, Mom. Ich komm' hier nie raus. Ich hasse meinen Aufsatz. Ich hasse mein Hirn. Warum kann ich nicht schreiben oder buchstabieren? Niagara-Fälle. Gesehen und abgehakt. Kann man den Titel als Absatz mitzählen? So, die Wurzel aus 12.544 und das ohne Taschenrechner. Was sagst du? 112, ja? Du bist ein schlauer Leguan. Was sagst du, Catherine? Du möchtest gern Fernsehen? Na schön, dann gehen wir vor den Fernseher. Ich bin ein, dann gehen wir vor den Fernseher. Vielen Dank.